Willkommen meine Damen und Herren zum neuen CS2 Update und zum genaueren Hinguck-Video. Vorhin bin ich ja einfach drüber gerödelt, dass überhaupt was kam und was ungefähr kam. Jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal genauer an. Zuallererst sieht man hier, dass unser allseits beliebter Modus Arms Race endlich wieder da ist. Ich freue mich da besonders drüber, denn ich brauche für meine Talk-Videos immer wieder halt auch was für den Hintergrund und Deathmatch wird halt irgendwann langweilig. Ich bin sehr, sehr froh, dass es endlich wieder da ist. Wer nicht weiß, was es ist, du rödelst da eben rein, machst mit jeder Waffe zwei Kills, dann kommst du immer eine Waffe weiter und ganz am Ende musst du jemanden neifen. Jetzt hast du aber durchgehend einen Taser, den du auch benutzen kannst, wenn du möchtest. Ich habe vorhin selbst schon ein bisschen reingespielt, das seht ihr jetzt hier auch gerade und es macht mega Bock. Die Sounds sind ultra krass, die Maps sind ultra geil aus. Wir haben zwei Maps jetzt für den Anfang am Start, Baggage und Shots. Ja, also es ist geil, einfach geil. Als nächstes wurde das Placement der Sticker verändert. Man kann die Sticker jetzt überall auf der Waffe platzieren und auch rotieren. Da ich kein Crafter bin, ist mir das jetzt nicht so wichtig, aber also schön, dass man einfach jetzt noch genauer sein Craft halt basteln kann. Also für die, die es gerne machen, auf jeden Fall tiptop. Natürlich kamen auch wieder Skins, es ist eine neue Kiste da und zwar die Kilowatt Case. Hier im Hintergrund übrigens auch der neue Hintergrund halt, äh, Flughafen. Aus Kot gesnackt? Hm. Wir fangen natürlich beim Schlachtschiff an und zwar dem neuen Knife, dem Kukri-Knife. Es ist ganz nett und ich würde sagen, neue Knives, mehr Knives sind immer gut. Als nächstes haben wir die neue AK und ich habe vorhin im kurzen Video schon erzählt, dass die mich direkt stark an Terra erinnert hat. Also von der Farbgebung her. Der Hintergrund ist hier auch nice. Diese, diese Abstellkammer im Flughafen oder was? Also Wartenkammer? Oh shit. Das ist ja einfach noch krass, das Ding. Ach du Scheiße. Es war klar, dass die so eine Chrome-Geschichte bringen. Also jetzt nicht zwingend bei AWP, aber dass die so solche, solche Hardcore-übertriebenen, super-duper-Hyper-Skin-Dinger rausbringen. Und yes, es gibt jetzt ja auch Zeus-Skins. Bis jetzt nur diesen einen, aber der ist schon, also der ist schon wirklich krass. Also wir haben ja schon seit, ich glaube, Jahren gesagt, ja, Bombenskins, Zeus-Skins und so weiter und so fort, kommt alles. Mit Zeus fangen sie an. Sieht wirklich sehr, sehr schnieke aus. Auch die goldenen Stücke hier, wie sie glänzen. Och, und die Black Lotus. Das hätte ich nicht gedacht, dass die auch so glänzt. Also bis jetzt komplette Banger-Skins. Hier bei der USPS haben schon viele gesagt, ja, das ist wahrscheinlich dein neuer Lieblings-USPS-Skin und das könnte hinkommen. Och, und guck mal, schon wieder so was recht glänziges. Die Edge-Lord M4A4. Leichtes Polymer-Magazin hier zum Durchgucken oder was? If you don't kill the snake, the snake will kill you. Kretel hat gerade vor kurzem im Streaming gemeint, es gibt schon so, so viele Skins mit Schlangen oder zumindest schlangenähnlichen Viechern. Och, und auch noch glänzend, was? Ach du, guck dir das. Ich finde das gerade krass, als hätte man hier nochmal eine komplett neue Welt betreten. Schau dir mal die einzelnen Lego-Teile an. Wie sie einfach auch so mit dem Licht vor sich hinspielen. Och, die Flächen hier, ne? Dass das hier eine gesonderte Fläche ist, dann kommt diese Kante und dann kommt die restliche Fläche. Ja, als hätte sie einfach mit Legosteinen zusammengebastelt wurde. Und sind hier oben, ob das hier oben, hier von dem Finger, ob das der Abdruck sein soll? Ja, ja, da auch, da auch. Das ist angefummelt. Klar, weil man es ja zusammengesteckt hat. Alter, das ist, das ist grob. Sage mal, das kann ja nicht einfach so weitergehen. Schau dir mal hin, dieses Stück an. Die Hybrid. Ach, guck mal da, endlich mal ein normaler Skin. Jetzt nicht hardcore, super-duper-glänzend und over the top. X, Y, B und A. Sehr schön. Und genau, das Teil hat mich vorhin direkt bei dem ersten Announcement angelacht, diese Just Smile. Wobei mir die etwas farbenfroher rüberkamen. Hier sieht sie ein bisschen matt aus. Naja, naja. Und die sind komplett lost, hä? Na, hier schon wieder Richtung Schlange, Drachen, so irgendwie, plus minus. Ja, und jetzt kommt hier, oh, obwohl, ich wollte gerade sagen nur noch Krusch, aber das hier oben sieht geil aus, das zusammengeweldete. Ja, und auch die Pump kann sich so ein bisschen sehen lassen. Auch wieder eine Schlange. Sag mal. Und zu guter Letzt die komplett bekloppte Motorized. Oh, die sieht auch krass aus. Das Ding könnte hier so eine Diesel- oder Benzinwaffe aus Wolfenstein sein, aus diesen neueren Teilen. Ja, die Skins, die kann man schon was heißen. Weiter geht es nach der neuen Case mit den neuen Stickern sowie diversen Musik-Kits. Aber das ist ja schon mal sehr schön. Und hier sind auch noch viele andere, die, oh, warte mal, wahrscheinlich, ach du Kacke. Ach du Kacke. Erkennt ihr die Map? Wisst ihr, was das für eine Map ist? Das ist das 2 auf B. Da ist Plateau und da ist halt dann Zeit zum Planten und da ist Double Door hier drüben. Wow. Wow, du kannst sogar noch weiter rum. Guck mal, du drehst hier einmal komplett, das ist links von Cutters oder halt Tunnels, wenn du auf B rausgehst. Und hier kommt dann rechts direkt. Drehst dich aber nicht komplett um. Da ist dann Double Doors raus zu Ding. Es ist ja also... Kronk. Ich bin echt waff. Man merkt, CS2 ist halt... Ist halt next level, next gen. Dann gibt es noch diese Overload-Sache, die habe ich im letzten Video erklärt. Wenn du halt ganz viel spielst und über deinen XP-Threshold, also über die Grenze hinaus schießt, hast du halt dieses Zeichen vor deinem Namen. Die Agenten können jetzt auch traurig sein, wenn man verloren hat. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der uns eigentlich jetzt in diesem Video am meisten interessiert, und zwar den Release Notes. Ab hier kommt dann nur noch Neues, die gerade eben genannten Sachen lasse ich natürlich weg. Diverse Bugfixes und Tweaks bei den Weapon-Finishes, also bei den Skins. Man kann jetzt auf alle Waffen bis zu 5 Sticker pappen. Wenn ihr einen Sticker aufklebt, könnt ihr ein Zoom-Feature aktivieren, um etwas genauer zu gucken, wo pappe ich das halt jetzt hin. Und auch bei den Stickern gab es Bugfixes und Tweaks. Euer Zeus legt sich jetzt in allen Game-Alls nach 30 Sekunden auf und kann dann wieder benutzt werden. Man kann Sticker und auch Name-Tags auf den Zeus draufpacken. Die Model-Position des Zeus wurde etwas angepasst und Zeus-Skills haben jetzt ihre eigene Zeus-Kill-Card sowie einen Damage-Report am Ende. Weiter geht es zu den Smokes. Die Smokes können jetzt einen Schatten werfen, das habe ich im kurzen Video schon angesprochen, aber halt nicht gezeigt. Und das Rendering sowie die Animation der Smokes wurden verbessert. Rendering ist eigentlich auch einfach das Zeichnen. Bei den Gameplay-Updates ist bereits der erste Punkt richtig geil. Es gibt einen Refund-All-Button. Also wenn ihr reinkauft und jemand sagt, warte, ihr wollt noch ECO machen, kannst du einfach auf Refund-All drücken und musst nicht alles einzeln wieder verkaufen. Man kann ja zu beiden Settings die First-Person-Bullet-Tracer deaktivieren. Dann seht ihr halt nicht mehr die Schüsse, also die Tracer eurer Kugeln. Die Schalldämpfer kann man jetzt immer wieder erneut aufschrauben, selbst wenn man das in den Einstellungen ausgemacht hat. Ich nehme an, hierbei geht es um gedroppte Waffen. Wenn ihr von der Leiche eine USP aufhebt und da ist das Schalli ab, könnt ihr ihn trotzdem wieder aufschrauben, obwohl ihr für euch eigentlich ausgestellt habt, dass ihr den überhaupt abnehmen könnt. Aber da niemand anderes abgenommen hat, könnt ihr dann, na. Die Player-Pings werden endlich nicht mehr von unsichtbarer Geometrie geblockt. Zum Subtick haben sie eine Zeile und zwar verschiedene Adjustments beim Subtick-Shooting. Also ich würde einfach jetzt hier behaupten, dann Subtick weiter verbessert, überarbeitet, wie auch immer. Man kann sie jetzt in einigen Fällen nicht mehr an vertikalen Flächen lautlos fallen lassen. Und das Sliden an Oberflächen wurde gesmoothnet, also weicher gemacht. Surf oder was? Die Kollision zwischen Spielern wurde auch verbessert. Vielleicht haben wir jetzt nicht mehr dieses ekelhafte Rubber-Bending, Rubber-Nacking oder wie man sagt, wenn man da von seinem Mate hinterher gezogen wird, weil man so nah an ihm dran ist. Und um sicherzugehen, dass eure Loadouts korrekt funktionieren, kann man sie bei der Suche nach Premiere, Competitive oder Wingman nicht mehr verändern. Sound-Updates. Ah, man kann hier jetzt praktisch sein Mikrofon gescheit auswählen. Es ging davor nicht in den Settings. Man kann das Mikrofon jetzt besser einstellen. Das ist auch nice. Gerade diese Option sollte manch einer mal anmachen, um sich selbst zu hören. Man kann sich jetzt dann auch selbst abhören. Die M249 klingt jetzt richtig, richtig satt. So, es klingt jetzt auch anders beim Nachladen. Nicht verfügbar sein und dann, wenn er ready ist, um wieder benutzt zu werden, hat er jetzt auch tolle Sounds oder andere Sounds. Okklusionseffekte wurden noch weiter vermindert. Ich glaube, das ist, wenn du dir die Ohren zuhälst und sprichst und halt dann dich selbst anders hörst. Das ist, glaube ich, unter anderem der Okklusionseffekt. Also so kenne ich das zumindest. Ganz am Anfang hieß es ja auch, es klingt manchmal so komisch dumpf oder die Entfernung kann man nicht richtig raushören. Jemand ist in einem Haus und ballert da rum und hin und her. Wahrscheinlich haben sie da halt noch weiter rumgenudelt. In meiner Mix Adjustments, den gesamten Mix, also die gesamte Lautstärke, Einstellung vom Spiel noch ein bisschen angepasst. Und der letzte Punkt, den hatte ich aber mit Links. Also, dass es mitunter für Player-Sounds, die eigentlich in der Mitte hätten sein sollen, zentriert, so klang, als wenn sie leicht von hinten kommen würden. Bei mir war es von links. Zum Beispiel habe ich mitunter eine Flash oder irgendwas geworfen und ich habe dieses Wurfgeräusch links von mir gehört. Als wenn jemand so einen Meter neben mir steht und dasselbe gerade macht. Das haben sie jetzt wohl auch gefixt. Sehr schön. Und dieser nächste Überpunkt, Networking, wird wahrscheinlich den meisten gefallen. Erster Punkt, Peak-Ass Advantage wurde in vielen Fällen reduziert. Und Peak-Ass Advantage war das, dass wenn jemand wartet und ein anderer um die Ecke rennt und schon mal ballert, dass der einen Vorteil hat. Weil der den anderen früher sieht und den eher killen kann. Das ist jetzt wohl in vielen Fällen reduziert. Sie schreiben hier aber nicht genau was und wie und warum sie das, also wie sie das gemacht haben, aber ja. Peak-Ass Advantage ist im Steady-State auf 16 Millisekunden reduziert. Also der Advantage, den man dann in dem Fall haben kann, ist maximal 16 Millisekunden. Das klingt doch auf jeden Fall recht cool. Eine Sekunde hat 1000 Millisekunden. Und sie haben das jetzt hier auf 16 gedämpft. Womöglich dann halt einfach so winzig, dass man es vielleicht dann gar nicht mehr spürt. Oder dass es praktisch für uns Menschen gar nicht mehr vorhanden ist. Das weitere haben sie die Frequenz von solchen Situationen, also in der sie entstehen können, solche Peak-Ass Advantage-Situationen, noch stark verringert, indem sie hier die Commands angepasst haben. Es war wohl so, dass wir unter einfach zu viele Commands hintereinander in der Queue saßen und dann konnte wohl eher Peak-Ass Advantage entstehen. Hier habe ich jetzt natürlich keine Einsicht auf die Serverabläufe, aber das klingt zumindest plausibel. Wenn ihr euch Informationen zur Latency anschauen wollt, könnt ihr jetzt hier mit dem neuen Befehl CL-Tick-Timing alles anzeigen lassen. Und zu guter Letzt wurde noch eine Option hinzugefügt, mit der man Server- und User-Commands one by one oder bei mehreren Paketen buffern kann. Dadurch ist scheinbar Stotterei, die durch Packet-Loss verursacht wird, zu reduzieren. Ist vielleicht etwas argtechnisch für den normalen User, aber gut, dass wir es haben. Jetzt haben wir noch UI, also User-Interface. Und das ist direkt nice. Es wurde ein Support hinzugefügt, dass man separat zwischen Main-Menü, Hintergrund und Item-Inspect-Hintergrund wählen kann. Man kann jetzt Package und Warehouse auswählen. Okay, ja. Der In-Game-Team-Only-Chat ist jetzt anders gepräfixst. Hier ist nochmal die Sache mit dem XP-Overload. Das habe ich, wie gesagt, im anderen Video schon angesprochen und das recht selbsterklärend. Du hast halt hier einfach jetzt diese Anzeige mit diesem XP oder was es ist, beziehungsweise mit dem Blitz. Das habe ich schon gesagt. Und was haben wir hier unten? Es wurden mehr Auszeichnungen zum Ende des Matches. Ach so, wahrscheinlich dieses, der Headshot-Meister, hier der Silent-Foot-Knilch und bla bla bla. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch so Auszeichnungen wie der krasseste Taser-Gott und so weiter halt. Bevor es zu den Maps übergeht, noch geschwind Misk. Und dieser Punkt hat uns vorhin schon leichte Sorgen gemacht. Die Range der CS-Ratings, um zusammen zu zocken, wurde adjustiert. Mit viel Pech können wir die Mixed-Games nicht mehr richtig machen. Das heißt, wenn wir hier einen 20.000er haben, der mitspielt und einen 5.000er haben, der mitspielen möchte, Premier-Rang, dann kann man vielleicht nicht mehr zusammen suchen. Das muss es nicht zwingend heißen, aber es kann es heißen. Bei High-DPI-Mäusen gab es Probleme mit Chittery-Mouse-Movement, wurde gefixt. Also ich meine mit so zittriger Kacke. Demo-Playback wurde verbessert, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ich habe auch auf Twitter irgendwas mit Overwatch gelesen. Also das hat jemand auch aus einem offiziellen CS2-Branch rausfotografiert, dass halt irgendwie Overwatch da mit dabei stand. Aber da habe ich dann nochmal ein extra Video, wenn sich das wirklich bestätigen sollte. Und des Weiteren ist ja noch eine Update-Art ausgeschaltet, wenn man Steam im Tournament-Mode startet. What? Ich höre zum ersten Mal in meinem Leben von einem Tournament-Mode. Sudelow, nach einer kurzen Pause. Ich habe jetzt eben mich doch noch um die Kleine kümmern müssen heute Morgen. Habe mich dann noch kurz hingelegt, ein bisschen geschlofen, jetzt geht es weiter. Ja, Maps. Hier lesen wir natürlich auch wieder sehr viel Bekanntes. Also wie zum Beispiel eben, dass Lücken geschlossen wurden. An Granatenkollisionen wird auch wieder weitergearbeitet, dass die halt besser zu prädikten, also zu vorhersagen sind, wie sie eben schlussendlich dobsen, wenn du sie an die Wand oder sonst wo hinwirfst. Das Ausbluten der Texturen wurde verbessert, damit du die Player besser sehen kannst, als wenn halt Texturen ineinander so reinfaden oder eben hineinbluten. Dadurch ist alles so ein bisschen verwaschener, aber man könnte womöglich jemanden schlechter erkennen. Ancient auch Granatenkollisionen gefixt. Anubis. Löcher, Kollision, Kollision. Oh mein Gott, Cholesterol. Die Sichtbarkeit am City-Spawn wurde verbessert. Ein unsichtbarer Boost wurde auf B entfernt. Weitere Gaps. Warum? Na gut, hier oben halt Holes in Lower Tunnel, hier dann spezifisch Gaps. Okay, naja. Kollision. Kollision. Dann, okay, gut, dass es nicht schlecht wurde, einige Türen überarbeitet, weil sie die Einschusslöcher nicht hatten. Also die haben einfach gefehlt, sofern man da reingeschossen hat. Und auf Street, ich weiß nicht genau, wo Street ist. Ich glaube, wir haben keinen Call. Nee, wir haben keinen Street-Call. Dort wurde auch die Visibility verbessert. Overpass. Kollision. Auf Mirage auch wieder Kollisionen. Kollision, zwecks Pixel-Walk. Man konnte hier Stuck gehen, wenn man gestraft ist auf Middle-Ramp. Da fällt mir Overpass ein. Vielleicht zählt das hier mit dazu. Und zwar meine ich genau das hier. Oh, oh, oh. Nö, es scheint, es scheint gefixt worden zu sein. Na gut. Kommen wir zurück zum Mirage. Hier am Ende wurde auch noch am Clipping gearbeitet, damit die Flashes in Apartments gescheit funktionieren. Nuke. Weitere Kollisionen, zwecks Stucking, Behind Barrels. Disappearing Mesh wurde auch repariert. Wir spielen zu selten Nuke. Das sind Dinge, die mir nicht aufgefallen sind. Am Schatten wurde so ein bisschen gewurschtelt. Die Vents wurden entklippt. Oh, und für Low-Setting-Spieler wurden die Water-Reflections ein bisschen verbessert. Beziehungsweise die Bombside ein bisschen verbessert. Dass man dann bessere Reflections hatte. Flow-Settings. Visibility im T-Spawn verbessert, Kollisionen bei Ramp und Löcher in der Welt. Ja, wir rödeln da immer einfach so drüber und sagen Löcher, Kollisionen hin und her. Es sind natürlich wichtige Dinge, dass du zum Beispiel irgendwas drunter schmeißen kannst, wo eine Bombe nicht drunter geschmissen werden können soll. Oder dass irgendwas im Boden verschwindet, bla bla bla. Das hat man im normalen Spiel ja eigentlich halt nicht so, weil man vor sich hin dödelt. Aber es gibt so Momente, und das testen zum Glück auch viele, viele Leute so richtig aus. Also sie gehen im Speziellen durch die Map und gucken halt, was wie wo im besten Fall nicht gehen sollte. Und reporten es halt dann. Und ja, also es ist schon wichtig, die Arbeit mit den Löchern und Kollisionen. Ich tu das immer so ab, so Gaps gefixt. Aber klar, es ist natürlich eine wichtige Arbeit. Muss man das auch hier dran aufführen? Ich würde sagen, ja, man sollte es aufführen. Wir haben uns ja über die Zeit sowieso immer bessere Kommunikation auch mit Valve gewünscht. Und solche Sachen sind halt auch einfach Kommunikation. Sie kommunizieren uns, was haben wir geändert, egal wie klein die Änderung ist. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr das selbst nicht in den falschen Hals kriegt. Oder denkt, ich kriege das in den falschen Hals. Es ist schon gut, auf jeden Fall. Es liest sich halt nur immer wieder so, Löcher, okay. Und wo wir bei Löchern waren, Vertigo-Löcher. Bei Italy wurden auch Kollisionen adjustet, damit man auch nicht stecken bleibt im Apartment. Ich bin bis jetzt wirklich nur auf Overpass, also in dem gezeigten Bereich stecken geblieben bei der Treppe. Sonst, ich glaube bei CS2 noch nie. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei CSGO jemals stuck war. Und zu guter Les kommt natürlich noch unsere Lieblings-Map, Office. Fix the case where players could jump on wall. Man kann jetzt nicht mehr an die Wand springen. Fix the case where players could get stuck if they crouched. Man kann jetzt auch nicht mehr stecken bleiben. So, Dölle. Kommen wir jetzt zum Ende, zum Fazit. Also zu meinem Fazit. Ich werde sicherlich die nächsten paar Tage auch immer wieder gefragt, wie fandest du das Update und bla bla bla. Mir gefällt das Update sehr, sehr gut. Ich bin natürlich froh, dass Counter-Strike jetzt wieder was gebracht hat. Mir und ich hoffe doch, einem Großteil der gesamten CS-Community war vollkommen klar, dass sowas kommt. Und das Stück für Stück, so wie ich die letzten paar Wochen und Monate immer wieder gepredigt habe, die ganzen alten Modi wieder dazukommen. Und natürlich auch neue Dinge dazukommen. Das ist, und ich weiß, da höre ich mich wie eine gesprungene Schallplatte an, normal. Es kommt halt sukzessive raus. Es gibt so eine gewisse Gruppe, die, ich will mir nicht andauernd das gleiche Video da oben angucken, die scheinen zu verlangen, dass es zack, mit einem Update alles, alte und neue und alles da ist. Aber das ist Quatsch. Und das wissen bestimmt die meisten auch in sich eigentlich, dass sowas Quatsch ist. Selbst wenn Valve noch viel mehr hätte, jetzt schon fertig hätte, wäre es gerade im Sinne von Content natürlich Quatsch, das alles sofort zu releasen. Man muss Stück für Stück anfüttern. Guckt euch die Spielerzahlen an. Guckt euch hier am siebten, also heute, den Anstieg an. Von 756.000 auf über eine Million. Die wissen schon, was sie machen. Das ist ja eigentlich sowieso jedem klar. Viele sind einfach dann nur halt genervt. Irgendwann sagen, hey, ich will jetzt endlich mal Zeug haben. Und das ist, finde ich, auch vollkommen verständlich. Aber, ja, manch einer ist in die Richtung gerutscht. Die bringen jetzt nie wieder irgendwas. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ein Update kam. Und ich freue mich doppelt und dreifach super duper hart, dass halt Arms Race wieder da ist. Weil Arms Race ist für mich, für meine Podcasts und Videos, in denen ich so ein bisschen schnack, eine sehr, also es war zumindest immer ein wichtiger Bestandteil. Alle meine Podcasts hatten Arms Race im Hintergrund und nicht Deathmatch. Deathmatch ist zwar, du weißt halt genau, okay, in Deathmatch kann man wahrscheinlich, es klingt ultra abgehoben. Aber ich denke, man merkt es halt auch über die Videos. Meistens recht gut auch dominieren. Du kannst rein und wenn du direkt von Anfang an mit dabei bist, ist es eigentlich nicht großartig schwer, den ersten Platz zu machen. Aber Arms Race war auch so ein bisschen Herausforderung. Wenn ich mich dann hingehockt habe und diese Hintergrundteile für euch aufgenommen habe. Weil natürlich wollte ich dann logischerweise auch, dass ich erster werde, also dass ich am Ende mit dem Knife rumgehe. Ich bin sehr gespannt, ob ich das jetzt in CS2 noch schaffe oder ob ich mittlerweile zu alt bin oder zu viele Cheater unterwegs sind, was weiß ich. Ich habe heute Nacht ganz kurz hier für die Aufnahmen, ich glaube fünf Minuten oder nicht mal fünf Minuten, zwei Minuten Gameplay aufgenommen. Aber ich habe keine richtige Arms Race Runde gespielt. Das werde ich euch demnächst dann auch noch in ein Video packen. Und einfach mal gucken, wie es halt so läuft. Es sind Sachen dabei, die waren mir jetzt nicht wichtig, wie das Sticker Placement. Das gefällt wiederum ganz vielen sehr. Und ich bin über solche Updates natürlich trotzdem sehr, sehr froh. Weil jedes einzelne Update spricht immer wieder irgendjemanden an. Beziehungsweise jeder Update-Teil spricht irgendjemanden an und stimmt jemanden fröhlich oder glücklich. Und das ist tip top. Ich habe dann vorhin natürlich schon über ein paar Kommentare drüber gelesen. Mein Video zum Update kam ja heute Nacht um vier oder fünf. Es war ein bisschen arg wild. Wir haben das ja im Stream aufgenommen noch, weil wir halt... Ich war noch live, als das Update kam. Deswegen waren wir auch alle ein bisschen überdreht, also ein bisschen hardcore hyped. Aber ja, auch jetzt, nach einigen Stunden Schlaf, bin ich, bin ich... Das ist, das ist... Naja. Aber ich finde es geil. Ich freue mich sehr, dass jetzt wieder was kam. Und ich finde auch gerade hier mit Änderungen, wie zum Beispiel dieser hier, zeigt uns CS2. Erstens, ich habe euch da. Und zweitens, CS2 ist von seinen Ausgangsbedingungen her, die neue Engine und so weiter und so fort, zu 100% in der Lage, das beste Counter-Strike überhaupt zu werden. Zu werden. Und noch ein Mini-Einwurf, zu dem ich bereits nach einem Video angefangen habe. Ein, zwei Stimmen habe ich unter meinem Video gelesen. Und haben gesagt, ja, wie könnt ihr euch denn nur so freuen, weil die haben doch noch gar nichts gegen Cheater gemacht. Also erstens hat nicht jeder die gleiche Cheater-Problematik. Darüber haben wir jetzt schon eine Milliarde mal hier auf dem Kanal gesprochen. Für manche besteht das Problem stark, für manche weniger, für manche gar nicht. Ich habe dann auch schon darauf geantwortet. Da bei uns keine Cheater sind in unseren Spielen und in meinen Spielen, ist das für mich gar kein Problem. Es ist ein Problem an sich schon für Counter-Strike oder in Counter-Strike und in allen anderen Shootern. Aber für mich ist das kein Problem und deswegen lege ich auch keinen großartigen Wert darauf, bei einem Update dann das zu lesen. Und zweitens, das zählt ins Erste ein bisschen mit rein, wissen wir eigentlich alle oder können uns zumindest denken, dass Sicherheits-Updates, Cyber-Security, Anti-Cheat-Geschichten und je nachdem, wo mal Unternehmen oder eben Spiele und so weiter, das wird eigentlich nie announced. Nie. Selbst wenn Counter-Strike das beste Anti-Cheat der Welt morgen online gehen lassen würde, würden sie dazu mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn sie klug sind, kein Sterbenswörtchen verraten. Sowas kündigt man nicht an. Sowas schreibt man in keine Update-News rein. Kein Unternehmen sagt, ah, guck mal übrigens, das und das und das und das und das sind unsere neuesten Ansätze und Strategien, um unsere Daten zu sichern. Das ist dämlich. Cheater, Hacker und so weiter und so fort brauchen solche Informationen, um sich darauf einstellen zu können. Wenn du ihnen die Infos nicht gibst, dann können sie sich nicht darauf einstellen. Also kurzum, man sollte generell nicht mit einem, Achtung, wir haben ein neues Anti-Cheat gemacht, Update rechnen. Das wird mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit niemals in die Update-News kommen, weil es sicherheitstechnisch eine ganz dämliche Idee wäre. Ihr wisst ja, dass ich aus dem IT-Bereich komme. Ich habe zwar noch nie in einer Spiele-Gaming-Firma gearbeitet oder der irgendwie mal reinschlubbern könnte oder sowas, aber ich hatte auf jeden Fall schon mit Internet und Cyber-Security zu tun. Und solche Updates teilt man nicht mit. Das ist geheim. Meine Empfehlung ist also, streicht das aus euren Köpfen heraus. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in einem Update-Block drinstehen. Denkt vor allem viel mehr daran, dass ihr daran sowieso die ganze Zeit arbeiten und das sukzessive halt verbessert wird. Guckt euch mal alleine wieder diese Gap hier an. Rang 4 und dann 32, was ist mit allen Rängen dazwischen passiert? Darauf wurde ich gestern im Livestream hingewiesen, dass schon wieder scheinbar extrem stark aufgeräumt wurde in der Weltrangliste. Das ist zum Beispiel einer der möglichen Indikatoren, die darauf deuten oder weisen, dass gerade wieder was passiert. Tja, und das war's dann auch schon wieder. Ich hab jetzt hier in dieser ernsthaften Fassung locker mal eine Stunde Rohmaterial wieder am Start. Ich hab gestern im Stream darum auch auf dieses Update so gemischt reagiert. So, geil, da ist es, aber fuck, ist es mitten in der Nacht und ich muss noch ein Update-Video machen. Deswegen ist es dann zum Glück auch eins aus dem Stream geworden. Das war natürlich tausendmal einfacher und spaßiger als dieses, ja Leute, und in Zeile 237 können wir lesen, dass mal wieder Löcher gestopft wurden. Das war für mich jetzt auch sehr wichtig, dass ich dann doch ein bisschen schlafen konnte, weil ich wahrscheinlich heute Abend dann auch wieder, oder halt dann für euch bald, es ist schon gleich 5, den Stream anschmeiß. Wir müssen natürlich einen Update-Stream machen, das ist klar. Schreibt mir bitte unter dieses Video trotz alledem, ob ihr das in diesem Fall jetzt notwendig oder richtig fandet, dass ich das gemacht hab, oder ob euch das andere einfach gereicht hätte. Weil ich hab dieses Video jetzt zweimal gecovert. Einmal nachts sofort für die Reaktion und dann jetzt nochmal so im Genauen. Ich denke für ein paar ist es immer gut, die kriegen solche Sachen erst später mit und dann sehen sie vielleicht das hier zuerst und dann war es sowieso richtig. Ein, zwei haben auch geschrieben, das andere war ihnen etwas wild, also von daher hier nochmal die normale Version. Und andere sagen vielleicht, naja, hättest du das nicht zwingend machen müssen. Könnt ihr ja sagen, wie es so ist, weil falls das nächste Update wieder live kommt, würde ich es vielleicht auch wieder so machen. Dass ich das mit euch zusammen live aufnehme und halt dann danach dann ein normales Update-Video mache. Gut, vielen Dank, meine Damen und Herren, für eure Aufmerksamkeit. Thanks für die Daumen und natürlich auch die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kommt dran, wir Gameskin Giveaways. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.